ARD Text im Auftrag von Funk Aus Ego Perspektive? Ja. Oh mein Gott! Was soll denn das werden? Likos Plan? Oh mein Gott! Zerahm, du darfst mich heute Nico hören! Spass! Und nun mit dieser... Na gut, aber das ist ein großes Fenster. Da kann man einen schon durchsehen halt. Ist das ein Karumba? Ja. Guck mal mal! Oh! Hä? Das ist typisch Nico, Bus. Ey, mit Bussen? Okay, das sind dann eigentlich easy. Sag das nicht, wir fahren ein riesen Ding. Das ist alles so ein Festhack. Und man kann nicht nach hinten drauf gehen. Doch! Seh ich einfach. Man... Ja... Sind halt alle Busse hinten dran. Oh mein Gott, ein Bus, Alter! Boah! Alter, ein Bus ist mit Speed! Ne, neben mir! Und dann... Ja, aber dann... Oh! Oh! Ich hätte ihn hinten geschuckt! Ja! Ja, Dani! Oh! War das Dani? Ne, der Bus über Bussen. Ja... Oh, wegen einem Fehler wieder, weißt du? Ach du? Bist du das Letzte? Hä? Bist du runtergefallen? Ja, natürlich bin ich runtergefallen. Hast du das nicht gesehen? Doch, aber... Ich habe... Ich habe auch gestern jemand anderes gewesen, dass ich dich getroffen habe, habe ich gedacht. Na wow, das ist mir eng hängen geblieben. Danke für... Danke für das Anschocken, Dani. Ist das nett von dir? Fünf Runden müssen wir das machen, oder was? Ja. Aber es geht eigentlich schon, finde ich. Aber man muss das nämlich ausholen. Ja, okay. Ich sagte... Nichts, es geht. So ganz scharfe Kurven. Hey! Überhol mich nicht! Dani! Weißt du, er drängt mich ab, weißt du? Ja, den musst du jetzt auch gleich zurück abdrängen. Dann... fühlst du dich wieder besser. Ja. Erstmal mit Dani rankommen. Mal Barrikade mitnehmen. Ja, tut mir leid. Der putzt halt nicht so'n... Kann nicht mal nach vorne gucken, weil Stefan die ganze Sicht mit seinem riesen Ding da blockiert. Oh, jetzt habe ich sogar noch Windschatten. Ja, danke, ne? Voll, ja. Ich habe Windschatten, aber der putzt will irgendwie nicht schneller. Ja, bei mir auch nicht. Ey! Nix, ey! Nix, ey! Vergeh' mal! Ach! Was geht denn los? Da hat man mal ne Chance zum Überholen und dann wird man wieder blockiert. Ja, normal. Diese Bus-Hindernisse, ne? Mhm. Ey, dieser Bus lenkt einfach nicht, ey. Weißt du? Ich drück voll... Ich drück komplett lenken, passiert nix. Wo ist Saran eigentlich schon wieder? Na, der ist schon... Der ist schon... Der hätte in der Schiff schon wieder einen trockenen, glaube ich. Oh, der magst du Barrik, Barrikade mitnehmen, ne? Ja. Riesig gehört. Ja. Ja. Feuer-Gamer, genau. Gamer, du Fick-Kopf, Alter. Ja. Macht n' inner? Ja, Gamer ran. Er hat mich hier schon einmal gedreht. Also... Also... Gamer in deinem Bus... Also in deinem Bus... Niemals einsteigen, ne? In echt. Ne, Spaß. Ich würde meinen... Ich soll aber nicht meinen, wenn ich so scheiße fahre. Da ist bei so ner Strecke noch nen Bus fahren, Alter. Ist mal was anderes. Wär jetzt Nico selber da? Ja, dann wärs cool gewesen. Dann hätt er... Was zu lachen gehabt, bestimmt. Dann hätt er sich wieder auf dich beschwert, wird er Techmax, glaub ich. Wollte, wenn du da so rammst, oder so. Ich mein' nur am Rammeln hier, die Jugend. Ja, rammel ich hier. Mann, Mann, Mann. Du am Rammeln... Ich bin ein roter Feuerwehrbus, man muss mich durchlassen, ja. Ich bin grün für frühere Polizei. Du bist Zoll. Ja, er hat Zoll, genau, ja. Ja, hm. Danni ist blau, also Vollzeichen. Warte, ist das blau überhaupt? Ne, das ist lila. Oh, ich bin schon Farben blind. Ja, kommt manchmal vor. Mhm. Mhm. Was denkt ihr heute Abend, wer gewinnt? Ich sag... Italien! Ich sag auch Italien. Ähm... Italien, ... Äh... Ehe... Ehm... Eh, guck mal... Hier sind auch Containerschiffe. M-M-M-M-M-M-M Hmh-Hehe... Aber das ist wohl klein. Ja. Aber es sieht doch fast so aus wie gestern. Die ganzen Kräne, die Dinger hier. Wo sind wir und machen Hafenrundfahrt? Ja leider. Wir müssen ein kleines Dingy holen. Und machen wir Hafenrundfahrt. Wo der Gamer macht Hafenrundfahrt mit einem Hafenflipper. Also ohne Witz, ich glaube mal, dass der Hafenstab an Elch einfach mal schneller ist. Und stärker. Ja. Oh, ich bin mal endlich wieder bei Stefan. Wir sind das schon wieder geschafft ey. Weiß nicht. Ich fahr keinen Stoß zusammen, ich fahr schon mit dem Trainer. Na boah. Driving-Skills. Können wir uns nicht klare Sachen hier wieder irgendwo? Dein Bus ist einfach wieder schneller als meiner bestimmt? Nee, nicht wirklich. Oh scheiße. Wenn man doof wird, wird das nicht. Nein. Ey, du überholst mich nicht. Nee, du überholst mich jetzt nicht. Nein. 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 Der Bus steht. Nein. Ey, warte nächstes auf mich. Jetzt warte doch. Ey, was solltet. Ich musste aufhören, weil ich wieder rankomme. Ja, wenn ich aber fräse wieder mal. Wie immer. Ich wurde auch die ganze Zeit. Ich wurde zweimal gedreht, ja? Achso. Von Gamer, ne? Ja. Irgendwie muss ich mich auch wieder nach vorne kämpfen. Jetzt Gamer hinter mir, wow ey. Ja. Auf den musst du aufpassen. Der rant halt, ne? Nein. Der kommt, der kommt unerwartet von hinten, dreht sich dann so wie ich. Ja. Wunder, warum ist der Bus so langsam bei mir, wenn der nach der Zeit? Weil das halt ein Bus ist und kein Supersportwagen. Ja, der sieht mit ihrem Fahrt weg und ich bin mit dem Halab am Arsch. Ich bin unterwegs. Hier ist nicht, ey. Vielleicht sollte ich dir mal den einen Fuß von der Bremse untermachen. Oh. Nein. Geht's ja ran, kann ich mich so nicht mal einholen. Vielleicht hab ich's noch bei Daniel. Wenn ihr die Kurve nicht bekommt, können wir nichts dafür. Ja, wenn der Bus so kacke fährt. Nein, ich weiß nicht. Vielleicht krieg ich's noch hin, Dani irgendwie an Dani ranzukommen. Wird aber schwierig. Ich finde die scheiß Lenkung, wo kacke ist hier. Ja, und du hast selber mal gesagt, Gamer, komm, wir fahren mal ein Bus rennen oder mit LKWs oder mit irgendjemand anderem oder so. Und jetzt sagst du, das ist scheiße, ne? Das ist normal. Bei der Strecke mit Hindernissen ist scheiße. Ja. Also ich bin noch kein anderes Mal in diesen allen Autos da hängen geblieben. Die würden irgendwie in der Strecke stehen. Ja. Ja. Oh Mann. Also lustig ist es schon. Aber ich drück mich eher ganze Zeit um... Ich fahr schon in Ego-Perspektive. Jo. Ja. Sonst wäre es halt echt... Eigentlich ein bisschen blöd eigentlich, wenn man bescheißen würde hier. Aber ich finde Bus... Ein Busfenster geht schon, finde ich. Hm. Das ist eigentlich nicht das Problem. Das wäre doch geil, wenn die Spielbuch funktionieren würde. Oh ja, das wäre richtig geil. Aber das kommt glaube ich nach GTA 6 oder so. Oder gar nicht. Geht hier, beam. Ja. Zerran hat... Hat Zerran wieder als erstes gewendet. Man nur, weil mir die Fackbox gedreht hat. Ja, es liegt. Oh Mann. Was ist das? Was ist das? Ey, ich hab lieber die beste Runde. Ey, Lull. Buskorn, Alter. Lamm, sollen wir noch was? Lamm, sollen wir noch was? Oh nein, ich hab lieber die kommende Fack Woman. Nimm so oft hier. Sechs, wenn jeder die Fack, muss ich nicht einfach mal aufge five. Ja, es liegt ein Spiel. Und das ist aber auch eine große Sache. Oh, ich konnte mal ganz. Ich habe noch nie, was ich war. Ich habe noch nie. Ich habe noch mal. Ich habe noch nie. Ich habe noch nie. Untertitelung des ZDF, 2020